Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben das Motorola Moto G30 und kennen ja die normale Beleuchtung, nämlich dass das Display hell ist und die Schrift schwarz. Wir können das Ganze umkehren mit dem dunklen Design und gucken uns in diesem Video einmal an, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen uns jetzt einmal mit dem Thema dunkles Design beim Motorola Moto G30 beschäftigen. Vorab einmal vielen Dank an die Firma MaisWoop, die hat uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt. So können wir unsere Videos damit drehen. Also, wir haben in unserem System aktuell den hellen Hintergrund, wie wir hier sehen. In jedem Bereich, in den wir gehen, haben wir ein weißes Display mit schwarzer Schrift, so wie man es ja gewohnt ist. Wir sind jetzt hier schon im Bereich Einstellungen, da müssten wir hin, um das zu ändern. Wir haben nämlich hier den Punkt Display, da klicken wir einmal drauf und sehen jetzt hier dunkles Design. Dunkles Design wird ja überall unterschiedlich genannt, genauso Dark Mode oder Nacht Modus, Dunkel Modus, wie auch immer. Und wenn wir das jetzt hier einmal aktivieren, gucken wir, was passiert. Das ganze Display wird schwarz und die Schrift wird weiß. Und wenn wir zum Beispiel abends in ein grelles Licht gucken, kennen wir das ja, müssen wir ein bisschen mit den Augen kneifen. Das ist dann sehr anstrengend für die Augen. Und so hat man eben die Möglichkeit, das einmal umzuswitchen. Und wenn wir jetzt hier in die verschiedenen Bereiche des Telefons gehen, haben wir hier überall schwarzen Hintergrund und eben hellere Schrift. Das ist im Prinzip schon alles zum Thema Dunkelmodus. Wenn wir das dann doch wieder abwählen wollen, können wir natürlich wieder in die Einstellungen gehen, zum Thema Display und das wieder abwählen. Man kann das dunkle Design auch automatisch aktivieren. Das ist allerdings natürlich nicht immer unbedingt eine Hilfe, wenn es genau im falschen Moment dann wechselt. Dann bringt euch das nichts, dann müsst ihr es wieder manuell abschalten. Ich bin eher Fan davon, wenn man es denn braucht, einmal kurz in die Einstellungen zu gehen und das zu aktivieren, beziehungsweise zu deaktivieren, wenn man es wieder im hellen Modus haben möchte. Ja, das war es zum Thema dunkles Design beim Motorola Moto G30. Ich hoffe, ich konnte euch dann mithelfen und euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt doch gerne einen Daumen nach oben für uns und abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Das heutige Video wird unterstützt von MaisWoop. Bei MaisWoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.